Und willkommen zurück, Freunde, bei Let's Play Postel 2. Wir haben jetzt gestern, äh, gestern, genau, gestern, nein, letztes Mal haben wir, ähm, unsere Super Dolly, unser Ticket reingeschmissen. Ist ja die Hand, da unser Hund eingekackt war. Ähm, wir haben auf jeden Fall unser Ticket reingeschmissen, dass wir das bezahlt haben, ganz offiziell. Und, joa, jetzt machen wir uns, ich weiß gar nicht, wohin machen wir denn jetzt uns? Wir könnten jetzt Steaks holen, dann sind wir direkt in der Nähe. Ah, gehen wir mal Steaks holen. Hm. Äh, Idiot. Äh, Idiot. Jetzt muss ja hier links der Weg frei sein, ne? Oh, nein. Shit. Kollege Turnschuh. Was soll denn das? Das ist der Ticket. Ah, jetzt, äh, da... Donut, du schäu. Donut, du schäu. Donut, du schäu. Und jetzt, du schäu. Ah, das ist das Ding. Jo. Jo. Äh, äh, jetzt müssen wir hier lang, ne? Ja, hier müssen wir da jetzt hin. Oder? Ah, nee, wir müssen da hinten durch. Hä? Ach da. Mit Welt. Jetzt kommen da die PETA-Typen. Und wollen dann das auch noch in die Luft sprengen, wahrscheinlich. Irgendwie sowas ganz bescheuertes, hundertprozentig. Und hier, da haben wir die ersten schon. Hä? Hä? Habt ihr das gesehen? Hä? Hey, Kollege, alles gut? Lass es jetzt noch mal. Genau. Genau. Ich habe eine Idee. Das alles funktioniert wirklich. Ach man, ich wollte bis zum Ende gehen. Mal gucken, was soll man denn hier Schönes? Wieder mal das Übliche. Fünden wir jetzt auch noch mal eine Schutzweste oder so. Da hat sie nicht mit gerechnet, definitiv. So, da war nur das Badezimmer. Aha. Hier ist auch nichts. Ach, das hier ist auch wieder so eine Wohnsiedlung, okay. Okay. Na, ich mag zwar Hunde, ne? Ja. Mir tut das in der Seele weh, dass ich die hier hauen muss. Ja, aber... Ja, nix aber. Es tut einfach weh. Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Wie ist denn das hier? Oh, Pasha. Kollege, nicht mit mir. Mir geht's besser als mir. Dann sterb. Oha, was ist das denn? Magazine. Ja, die ist aber ne krasse Hütte, ne? Muss man schon sagen. Warum haben die hier Dynamit so rumliegen? ein bisschen Money. Oh. Jetzt echt ne Kettensäge. Wo ist sie? Da ist sie. Ja, Mann. Na, wer will's wissen, ne? Geh ne, jetzt kommt alle her. Ich hab da was für euch. Alles schon laut. Probieren wir mal die Chainsaw aus. Okay, das ist krass. Mit einem Schnitt ist alles weg. Das ist echt übel. Okay. Hehehe. How are you doing? The Conosco? The Conosco? The Conosco? The Conosco? The Conosco, man, yo. Der geht voll ab, yo. Hallo, Lenny. Wie geht's uns denn heute so? Hehehe. Bei denen scheint's hier echt gut zu gehen. Warum ist da ne Katze auf dem da? Ähm. Yo. Wir müssen mal hier langsam mal zu Potte kommen. Wo müssen wir denn mal hin? Okay, hier lang. Dann hier so. Wo sind wir denn hier? Oh, ne Kitty. Pizza. Na, haben die Leichen entdeckt. Und... Some Scissors. Ah, hier muss man sich echt gut umgucken, ne? Also, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da... Hinten in der einen Hood, äh... Ja, da ist überall was wrong. Wow. Wie der wohl geht? Hehehe. War hier nicht irgendwo, wo das ein Matt geht. Oh, und der hat sogar noch ne Weste dabei. Cool. So läuft das alles doch. Jetzt sind wir wieder lebendvoll. Wir haben, äh, ne Weste an. Everything. So, jetzt müssen wir hier, äh, Miet holen. Hey Ayatollah. How about some service over here? I need some steaks for the psychotic friends network barbecue. Hello? Hm. Crap, now I'm gonna have to find it myself. They probably keep him in the back room. I'll bet that door is unlocked. Ohoho. Hot duck. Na, das wird ja was werden jetzt, wa? Ganz zu laut, ne? Boah, ist da laut. Es ist aber echt laut hier drin. Kollege, nicht mit mir. Ja, ich mit mir. Vollein. Na. Oh, ist das. Napalm. Okay. Napalm. 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 Oh. Noch ne neue Weste. So geil. Äh. 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 Ich glaub, die Saves will ich nicht mehr haben. Das ist mir cool. Okay. Das ist auf jeden Fall, äh. äh, ich nenns jetzt einfach mal interessant. Was haben wir? Kommt alle her. Ich habe da eine Lösung für euer krankes Problem hier. Ah, du hast Kopfschmerzen? Ah, ohne Kopf kann man keine Kopfschmerzen haben. Na, dann müssen wir jetzt. Theoretisch müssen wir uns jetzt als Kollegen ansehen. Ah, that's the stuff. Da wäre ja auch deren Uniform tragen. Jawoll, wir können einfach hier rausgehen. Das ist doch schön so, wenn die Uniform rockt. Dagegen hätten wir jetzt noch mal kämpfen müssen. Das ist doch super so. Echt so, Rebbi-Swat-Teams. Das ist doch sehr gut. ist zu wundern, was nächste Mal passieren wird, wenn einer von ihnen mich sieht. Wenn wir gerade dabei sind... Was ist denn das Napalm? Der hat doch Napalm aufgehoben, oder? Was? Hehehe... Also selbst mit der Polizeiuniform, wenn wir da welche Amts sind, tun die uns nichts, okay? Das heißt, wenn wir jetzt... Aha... Was ist für das Abfackeln? Arschloch! So, jetzt müssen wir... Ähm... Gehen wir zur Factory Napalm bis vor. Yay! Yay! Ja, keins! Was habt ihr Lappen alle? Oh, was ist das denn hier für eine Hood? Waren wir hier schon mal drin? Keine Ahnung. Was war das denn? In dem Hotel geht anscheinend irgendwo Party. Sub-Machine-Gun! Ja, Sub-Chill! Wie viele haben wir denn? Was ist denn das für eine? Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Was ist denn das für Musik? Ach so, das will jetzt was. Wir müssen da hoch, okay. Ach so, solange wir auch die Polizei-Uniform tragen, kann uns da in der Hinsicht auch nichts passieren, okay. Aha. Da sind wir echt komplett inkognito unterwegs mit der Polizei-Uniform. Oh, was ist das denn hier? Nichts. Das wäre auch toll. Ja, was ist denn das für ein Hund, ey. Was ist denn da eine normale? Äh, ja. Schade, ich dachte wir kriegen jetzt irgendwie eine neue Schrotflinte oder so. Braucht mal was Neues. Was ist denn das für ein Problem, Officer? Na, was haben wir hier einfach alle durch? Was ist mit denen? Oh, da haben wir hier. Ja, wir können mal gut snipen. Wer schießt denn da? Na, die schießen definitiv auch uns, also... Aber warum? Ich kann das nicht verstehen. Was machen sie? What are they doing? Wo sind wir hier überhaupt? Da ist doch wieder ein Napalm. Ach da. Oh shit, das war vielleicht ein schlechtes Ding. Ich muss dafür bezogen. Ich muss noch mehr finden. Ich muss noch mehr finden. Ich fühle mich. Ich muss noch mehr finden. Yo. Was ist denn hier los? ist auf jeden fall komisch ja gehen wir einfach mal hier hin und ich sehe gerade freunde wir sind schon wieder so weit dass wir den part beenden leider der kranker scheiß geht dann nächstes mal weiter wir sehen uns freunde